Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder bei Fliff, ja und jetzt habe ich eben mal gegoogelt, wo ich dieses komische, wo ich diese komischen Dinge abgeben kann und zwar ist das Ganze in St. Morning, hätte mir auch einer sagen können, aber gut, kann man nichts machen. So, ich haue die mal eben wieder da rein, damit ich wieder ein bisschen volleres, leeres Inventar habe, volleres, hätte irgendwie keinen Sinn. So, und ich reise mal eben nach St. Morning, wahrscheinlich reichen drei Christmas Medals noch lange nicht, aber wisst ihr was, das ist mir jetzt gerade ziemlich egal, ich will wenigstens gucken, was sie mir bringen würden. Zack, okay, jetzt bin ich hier schön und hier kann ich auch schon eigentlich was erstes machen, oder? Nein! Labernett, okay, also das haben wir ja auch schon Ewigkeiten gemacht eigentlich, die haben wir alle weggeschmissen, die Sachen, das heißt die Quest können wir gleich mal wieder löschen. Der magische Baum. Ach, da kriegen wir einen Christen. Okay, das haben wir eigentlich schon gemacht, aber egal, Quest aufgeben. Okay, das ist mir nämlich jetzt irgendwie ein bisschen zu blöd, das jetzt nochmal alles zu machen, aber falls wir es nochmal finden, wissen wir auch, was wir machen müssen. Das war jetzt gerade ein bisschen verwirrend, aber egal. So, und bei dem hier können wir auch noch was Schönes machen. Ja, wo, wo kriege ich... Oh, okay, hier kriege ich die ganzen Christmas Medals. Ja, was soll ich mit denen machen, verdammte Scheiße. Wo kann ich die eintauschen? Nein, ich will das jetzt nicht machen hier. Aber irgendwo muss man die doch eintauschen können. Das raffe ich ehrlich gesagt nicht. Oder was, 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 was bringt die mir? Ich meine, ich habe da schon doppelt draufgeklickt. Ah, mein Gott, ich weiß nicht, was ich mit den Christmas Medals machen soll. Aber wisst ihr was, das ist mir jetzt auch Schnubbe. Boah, Gott, sind es viele. Die Quest kann ich auch mal aufgeben, weil ich habe den schon 10.000 Mal getötet und es bringt mir einfach nichts mehr. Und Erfahrung würde ich da eh nicht mehr kriegen. So, weg damit. Ähm, der geschmolzen Vater. Was soll's, Alter. Snowman, ach, das habe ich ja schon. Das habe ich alle schon. Und 25.000 jetzt auch nicht so die Menge. Insofern, danke, nein. Und was ist das hier? Das sind die 10 goldenen. Was will ich eigentlich damit? Damit will ich auch nichts. So, okay. So, bisschen mehr Ordnung jetzt hier. So, Verwaltung. Ach, du Scheiße. Ich habe krankhaft. Habe ich alles nur noch aus Darkon? Okay. Äh, was ist das hier? Thomas, das ist eigentlich auch schon vorbei. Das ist auch schon vorbei. Royal, Royal. Können wir auch noch mal gucken. Die waren ja Level 60, so circa. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt zu den Drillern. Wir gehen jetzt einfach zu den Drillern. So. Jetzt müssen wir noch mal eben gucken, wo das näher ist. Wohin ich mich teleportieren soll. Ah, da können wir ruhig nach Darkon gehen. Mein Gott, okay. Das ist ja alles hier echt schwer. Irgendwie ist es schon schwer. Ja, ja. Aber ich habe hier schon Schneemann. Der ist ja auch nett. Habe ich ein paar Löwen. Eibert, Zombie, Zockerball Angel und noch ein paar Eier rumfahren. Was will man eigentlich mehr? So, und jetzt gleich wieder weiterfliegen, damit wir... Letztes Mal haben wir ja schon relativ wenig geschafft. Deswegen, das muss jetzt eigentlich sein. Ich versuche noch mal eben was hier. Okay, nicht da. Kann ich dann auch nichts machen. Fliege ich überhaupt richtig? Ja, ich fliege sogar richtig. Was geht denn bei mir hier? Okay, okay, okay. So. Soweit so gut. Ich möchte mal eben jetzt, während wir da hinfliegen, habe ich ja ein bisschen Zeit. Droid, das war das Droid-Ding. Was, was, das? Wo kriege ich denn das her? Wo kriege ich das her? Zeigt mir das jetzt an. Toll, wo kriege ich denn das her? Cute Chart. Liegt denn der lang? So, egal. Okay. Boah, Alter. Also ich will jetzt erst mal aber das Droid-Ding fertig kriegen, auch wenn es mir nicht wirklich viel bringt. Aber irgendwas muss es mir bringen. Sag mal, was ist hier los? Und der bleibt immer stehen. Das Auto hat irgendwie so, ja, Durchfliegschwierigkeiten. Welches Level sind denn die? Will ich eigentlich gar nicht wissen. Ich wusste nämlich, ich habe schon mal geguckt. Ich bin hier nämlich schon ein paar Mal lang geflogen. So, und jetzt hier schön durch die... Ja, perfekt. Okay, so. Wo bin ich? Sag mir jetzt nicht, dass ich dran vorbei bin, bitte. Ne, bin ich nicht. Ach, die sind... Ja, Captains. Okay, ich kann die Captains holen. Ich glaube, hier kann ich einfach jetzt alles töten, so ungefähr. Also nicht, dass ich es kann, aber für die Quests. Wie viel habe ich denn von denen einen da, von denen, von denen, von denen, von den Viechern hier, Droid-Dingern? Zwölf erst. Okay. Naja, immerhin anfangen. Was, was geben die? Die Voltviecher, was geben die? Boah, ich bin verwirrt mit den ganzen Tasten hier. So. Fobraskin. Häusen. Okay, ich gucke jetzt einfach nochmal eben bei den, bei den Drillern vorbei. Die waren ja nicht auch ganz sympathisch. Mehr oder weniger. Ach, und wir müssen natürlich noch gucken. Verdammt, ich verpenne es immer. Wir sind ja jetzt Bill-Poster, meine Fresse. Was können wir denn hier Schönes? Also, das müssen wir eh auf... Irgendwas hochpuschen. Also, ich lege es mir jetzt mal eben durch. Angriffstärke durch den Verste... Ja, das ist schon mal gut. Okay, das ist... Ja, das geht, aber okay. Gegen den, aber ich will diesen Schwächter. Status, das ist jetzt okay. Okay, auch nicht schlecht. Okay. Das ist, glaube ich, die so Hauptsache, die ich brauche. Das ist diese AOE-Angriff, glaube ich zumindest. Geht, das ist auch Standard. Und bleibt nicht in der Woche. 100 Prozent. Was? Okay, das ist ja hart. Okay, auf jeden Fall kann ich hier schon mal ein bisschen was machen. Ich habe ja auch genug Punkte irgendwie. Ach, hat er die jetzt hier alle zurückgesetzt? Ne, ne, hat er nicht. Also, ich glaube, das hier ist so die Sache, die ich brauche. Das ist Level 70 erst. Aber wir können auf jeden Fall hier mal ein bisschen was hoch machen. Das schadet auf jeden Fall auch nicht. Ja, eigentlich können wir sie gleich auf fünf machen, oder? Ich will jetzt auch nicht zu geizig sein. Das ist immer noch geizig, aber komm. Okay, so. Dann wollen wir aber noch schön hoch buffen. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel wir den Leuten abziehen. Wir haben ja jetzt schon, ja, über 6.000 Leben. Ach, das kann ich nur machen, wenn ich einen Nackel in der Hand habe. Okay. Ach, ich muss immer diese Post... Ah. Das muss ich dann immer einsetzen. Okay, das ist irgendwie teuer, habe ich das Gefühl. Okay. Hallo? Gibt es ja auch vielleicht irgendwelche... Normal... Also, die Captains oder so. Oder sind die ausgewandert. Da. Okay, 60. Ja, 60, 60. Das dürfte eigentlich jetzt kein Problem sein. Also, er zieht mir schon mal eigentlich nichts ab. Das ist schön. Aber hier sind scheiße wenige. Das kotzt mich hier ein bisschen an. Da ist der Captain oder der Giant oder was auch immer. Also, sie zieht mir schon mal recht wenig ab und ich ziehe ihn gut ab. Das ist irgendwie schon mal gut. Ich meine, aber ich bin auch ein Level hoch. So, ich mache jetzt immer noch meine schöne Aoe-Attacke aus... Ja, den guten alten Zeiten so ungefähr. Also, das Standard Bast, Crack oder was auch immer. Das ist, was man eigentlich immer macht. Aber es ist immer gut. Ach, und mein schönes Eibert sammelt wieder jeden Müll auf. Aber gut, dafür ist es da. Okay, wie viel Prozent kriege ich denn hier? Okay, eigentlich nichts. Eigentlich echt rein gar nichts. So kann man das sagen. Das ist ein bisschen schade. Aber irgendwie ist es echt nichts. Und Quest-Items habe ich gerade auch nicht gekriegt, oder? Glaub ich zumindest nicht. Ich kann ja mal eben nachgucken, bis die... Ja, nee, zwölf habe ich immer noch. Ich glaube, ich gehe gleich doch lieber zu anderen. Irgendwie ist es ja doch ein bisschen blöd hier. Ach, da kriege ich wieder dieses Erde und was weiß ich noch alles für Zeugs. Was ich eigentlich auch nicht brauche, wirklich. Aber nun gut. Jetzt habe ich hier wieder so einen goldenen Apfel. So, die Dinger kann ich auf jeden Fall mal wegschmeißen. So. Dann sammelt der mal gleich schon wieder was Neues ein. Das ist ja toll. Earth and Water. Ich brauche aber... Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Habe ich jetzt wenigstens 1%. Leute, das bringt mir hier zu wenig. Das bringt mir hier echt zu wenig. Da gehe ich doch lieber woanders hin. Eben auf die Karte gucken. Die waren Level 59. Da gehe ich doch lieber zu 61ern, oder... Soll ich mal 63er probieren? Ampere brauche ich denn? Brauche ich Ampere? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss nochmal eben nachgucken. Ich glaube aber nicht. Royal, Huge Shard, Mars, Gold, bla bla bla. Ne, ich brauche keinen Ampere. Brauche ich denn das andere Zeug wenigstens? Wie hieß das? Wie hieß das? Guardi Eye oder was auch immer. Brauche ich das Zeug? Ich brauche das alles nicht, mein Gott. Gold, bra... Okay, und so Zeugs. Wo muss ich denn überhaupt kämpfen? Die werden ja zu hart irgendwie. Ach, da hinten. Was sind das für Viecher? Da hinten vielleicht. Aber das kann doch nicht sein jetzt hier. Wo muss ich denn kämpfen? Royal, ja, das ist ja alles hier abgeklappert hier irgendwie. Das kann uns doch mal alles nicht zumuten. Wo ist denn der ganze Zeug? Also, das können wir... Toma können wir nicht wegwerfen. Das können wir... Die Quest beende ich jetzt einfach mal. Weil ich das eh nicht mehr mache. Genauso wenig wie Toma. Ganz im Ernst, das mache ich nie wieder. Toy lasse ich mal eben noch offen. Huge Shard, keine Ahnung, wo ich das herkriege. Ähm... Mask of... Ja, wo kriege ich denn das her? Wo kriege ich das her, bitte? Mask of Schamanen Wotonga. Wo dort Golddingens da? Mask of Blablabla Blablabla Blablabla. Sag mal, wollen die mich verarschen? Darkon 30 noch nur hohe Viecher, oder? Ja. Ja, da kann er mich ja noch nicht hinschicken. Das muss ja Darkon 1 und 2 sein. Hallo. Ich hätte es mir vielleicht doch durchlesen sollen, wo ich die Kacke herkriege. Das kann doch jetzt aber nicht sein. Man, normal ist es doch irgendwie so ein bisschen logisch wenigstens. Blade of... Two-Handed Sword. Die gibt es hier nirgends, mein Gott. Ich muss doch... Hallo, normal kann man die doch anklicken. Da kann ich's machen. Ja, super, das bringt mir auch so viel. Cobra-Skin. Ich weiß nicht mal, wo das Zeug liegt. Moment, dann muss ich nochmal eben gucken. Vielleicht ist es ja doch irgendwo anders. Vielleicht da? Ja, die sind auch nur Megamonster, oder? Ah ja, komm. Was will ich da, bitte? Knochenpfad. Ah ja, schnell mal Level, was weiß ich, doppelt so viel. Noch mehr eigentlich. Nee. Die sind alles nur Megamonster. Das muss Darkon 1 und 2 sein. Aber die sind dann nirgends, oder? Das sind irgendwelche aus dem Tower oder sonst irgendwo. Egal, wisst ihr was? Ich mach jetzt noch eine schöne Runde. Ist mir jetzt egal von was. Ich mach jetzt von denen da hinten. Was auch immer, ob sie mir was bringen oder nicht. Ach nee, komm, ich mach hier. Die bringen mir wenigstens irgendwas, falls ich Quest-Items bekommen sollte. Was ich zwar nicht glaube, aber hey. Nee, da geh ich jetzt doch noch nicht hin. Okay, ähm. Ja, also ich muss es echt nochmal googeln. Ich raff's nicht ganz, was ich jetzt hier holen soll und was nicht. Nee, da trau ich mich nicht hin, verdammt. Äh, weil irgendwie. Normal war es doch immer so, dass man es auf der Karte wenigstens schön gefunden hat. Was man braucht. Und jetzt irgendwie, hä? Steht gar nichts. Und jetzt sind ja noch nicht mal mehr Driller, oder was? Was zur Hölle, komm. Oh, die ziehen mir aber gut ab. Die ziehen mir aber echt gut ab. Ah, auch nur ich immer. Okay. Da ist noch ein netter Captain Driller. So, und jetzt reicht's. Einfach Small Vault. Okay. Ähm, danke fürs Zuschauen. Hoffe, hat euch gefallen. Ah, ich bin ungebufft. Egal, was soll's. Ja, ich muss es echt nochmal googeln. Ich raff's nicht ganz, wo ich hin muss. Das hätten sie aber echt irgendwie ein bisschen besser vielleicht machen können. Das fände ich ganz nett. Aber gut, äh, so ist es nun mal. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. pasó's upp. Tschöp. Tschöp.